alli hallo und weiter geht's mit world of warcraft wir sind im tempel von adhalkar oder sowas ähnliches zur Hölle ist das für eine instanz das kann ja nur der versunkenen tempel sein oder siehst du so ein bisschen noch tempel aus so ein bisschen abgeranzt auch könnte schon sein kann man mal gucken auch wenn irgendwie versunkenen tempel tempel von natürlich wie bin ich da nicht drauf gekommen so ist man heute hier vor tausenden von jahren wurde das gurubashi imperium von atalai einer mächtigen sektar von den atalai von einer mächtigen sektar aus in den bürgerkriegen gestürzt als diese ein avatar ihres blutgottes hakka des elendschinders nach azaroth beschwören wollten die gurubashi verbanden die atalai daraufhin in die sümpfe des elends wo sie den tempel von atal hakka erbauten die serie aspekt des grünen drachenschwarms versenkte den tempel zum unernannte wächter damit die beschwörungsrituale nie wieder durchgeführt würden also die frage was soll habe ich hier verloren keine ahnung beim sanctum das muss ich dann wohl hier benutzen nimmst du mir das an aber ich denke mal das wird meine gruppe schon etwas genauer wissen als ich hoffe ich zumindest jetzt müssen sie so ein bisschen schön schreien ich denke mal wir haben das einen benutzt muss man zu vermuten weil die ei hat ja irgendwas mit dem mit der quest zu tun das viel zu töten und da denke ich man dass wir das hier benutzen musste das ei zu beschwören um ihn dann letztendlich doch aufs sack zu hauen das ist ja auch gerade ziemlich gut geklückt so kettenrüstung brauchen wir schon mal nicht weil wir die nicht tragen können war und intelligenz brauchen wir auch nicht unnötiger stuff für mich schon wieder hier so ok sollte ja nicht allzu lange werden jetzt so wie die aussieht das habe ich trotzdem geschuldet was ich damit will naja kann man verkaufen ich bin eh grad ein bisschen knapp bei kasse warum auch immer ich weiß gar nicht was ich mit meinem ganzen Gold mache oder ich kriege wahrscheinlich einfach nicht so viel Gold ich glaube daran muss es liegen ich verdiene einfach zu wenig naja na toll danke so ist es mein Skill um das aufzuheben da wäre es gewesen glaube ich jetzt ist zu spät ich habe es trotzdem mal benutzt einfach weil ich es kann was haben wir denn überhaupt hier für Viecher wieder ähnlich Drachenviecher die wir so oder so ähnlich schon mal irgendwo gesehen haben bin mir nur gerade unsicher wo genau so erstmal alle häuten hier wieder weil es so viel Spaß macht das wäre Diebstahl noch komm schon ich muss ja den ganzen Schulter wieder einpacken mit dem ich nichts anfangen kann so ich mache hier wahrscheinlich wieder ja toll genau das habe ich in der letzten Folge gemeint ich kriege wieder die ganzen Control Control Scheiße hier ab und kann nichts machen mega geil meine Gruppe ist so schnell für mich ich komme gar nicht mit dem Ledern hinterher aber ich will das ledern gleich nochmal was gleich nochmal ich habe keine ahnung von was sie reden gerade ich verstehe es ehrlich gesagt nicht ich meine ernst auf was wollen ich gleich nochmal ich kann das nicht angreifen ich habe keine ahnung was die meinen nicht im geringsten ich glaube nicht dass sie die Instanzen nochmal meinen weil wir sind ja noch nicht mal annähernd durch wenn ich mir das dann links äh links halte ich jetzt schon ich meine natürlich rechts nicht links So, egal. Wird gekirchenert. Der lässt sich nicht kirchenern. Auch okay. Wo laufen die hin? Hallo? Da ist noch einer. Wollte ich nur mal kurz erwähnt haben. Aber ist okay. Dann laufen wir halt erst woanders lang. Das ist mir relativ egal. Ich verstehe es noch nicht. Warum man jetzt hier wieder alles freimachen muss. Egal, machen wir einfach mal mit. Sie sehen zumindest so aus, als hätten sie Ahnung von dem, was sie tun. Also, das muss man einfach mal machen hier. Kirchen, ich würde rum. Ist mir egal, wenn die meinen, sie müssen sich töten. Und den Gegner da unten auslassen. Oh, scheiße. Das war so nicht geplant, mal fliegenden Schlangen dritt hier abzubrechen. Ich muss trotzdem jedes Mal gucken, wie das scheiß Ding jetzt hieß. Oh, ich will doch keinen Mana-Drank, ey. Ey. Was will ich mit dem ganzen Bullshit? Kann ich eh nix mit anfangen. Im Inventar ist schon wieder fast voll mit so Müll hier. Oder dem Müll. Ne, das ist Weihwasser. Das kann man auch brauchen, weil wir haben in uns Trattor im Indy. Da behalte ich das Weihwasser einfach mal. So, und hier haben wir endlich mal ein paar Priester, wegegen wir eigentlich hier sind. Wir haben da auch Leichenfresser, ist das widerlich. Was machen die denn für ein Blödsinn, ey? Ohne Scheiß, Mann. Naja, wem's schmeckt. Will er nicht jedem Vorschlag, wie er zu leben hat. Warum kommt der Geist daraus, bitte? Ich habe zu wenig Energie. Ich raffe grad gar nicht zu dieser Instanz. Herzhaft nicht. So, dann brauchen wir mal so ein Schlangentritt hier rein. Na, ne, grad nicht. Ich drück mal nicht. So, Bruch auf Häusse. Ja, hätte besser drin. Den hätt's noch mitnehmen können. Dann wär das ideal gewesen. Aber man kann ja nicht alles haben. So, also wir töten die scheinbar. Und da kommen dann Geister raus. Kann man mal machen. So, erstmal auf den D hier. Die restlichen sollten in Aoe nebendran hier. Oder quasi rüber sterben. So als Nebenprodukt quasi. Und ich wurde schon wieder Opfer von Crowd Patrol. Und warum werde ich eigentlich angegriffen? Kann man das jemandem mal sagen? Naja, war vielleicht dann doch nicht ganz so... Ach, die Geister greifen da mit an, ey. Streitkolben. Hat Schaden drauf. Stiehlt dem Gegner. Ich glaub, den nehm ich einfach mal. Das brauchen nicht. Das Stoff. Stärke. Stärke brauch ich auch nicht, ne. Stärke ist vollkommen nutzlos für mich. Und wenigstens unser Priester denkt mit und wiederbelebt nicht. Das finde ich schon mal spitze. Hat's ja gleich geschafft. Kann ich hier wieder unter den Lebenden wandeln, ohne Angst haben zu müssen. Irgendwie gefresst zu werden, oder so ein Scheiß. So, warum nehm ich hier den ganzen Scheiß eigentlich schon wieder mit? Ich hab keine Ahnung. Habt's mal Inventar. Trollschweiß. Wer braucht denn so ne Kacke, bitte? Klatte Leder am Schieben. Das ist für den Arsch. Oh, da kann ich noch ein bisschen Kirchen an hier. Der Priester ist eh langsamer als wir. Von dem her kein Problem. Aber man könnte ja zumindest mal auf den Priester warten, wenn man hier schon weihrennt. Ja, das war unser Highlighter, der da hinten rumgammelt. Ist halt nicht ganz so ideal, ne. Aber ist okay. Mich stört das nicht. Solange wir hier irgendwie durchkommen. Oh, Leder mit Intelligenz. Braucht keinen Schwanz. Lass mal wieder rumkirchenern. Dienst uns hier gefällt mir. Können wir schön unseren Kirchener-Skill nach oben treiben. Wie weit sind wir denn da eigentlich? Oh. Oh. 199. Bergbau sind wir gerade mal bei 92. Da sollte ich wohl nochmal irgendwo ne extra Runde einlegen. Ach, jetzt laufen wir zu dem Gegner. Warum auch immer. Erst jetzt. Naja, okay. Ist mir eigentlich relativ egal, solange wir ihn überhaupt machen. Hab mich vorhin nur gewundert, warum wir den nicht gleich gemacht haben. Ich kann das noch nicht tun. Naja, egal. So, der sollte eigentlich auch kein Problem sein, wenn ich mir mal im Leben von dem wieder mal so angucke. Sollte der auch relativ schnell down gehen. Nur die Hälfte haben wir schon. Unser Tank hat keine Probleme. Jetzt geht er auf unseren Ork-Krieger los. Weil unser Tank eingeschlafen ist. Ich schlafe mir zu wach auf, man. Wir sind hier nicht zum Schlafen da, man. So, darf ich das Ding jetzt köchnern? Nö. Toll. Naja, gut. Dann gehen wir mal die Quest noch abgeben. Quest abgeben eben. Mehr sage ich doch. Das ist genau das, was ich gesagt habe. Ich würde vielleicht... Ja, das lohnt sich nicht. Ich habe mir gerade überlegt, raus zu porten. Und wieder rein zu porten. Aber da übersteigen die Wartezeiten des Ladebalkens definitiv mehr als die Zeit, die ich benötige, um hier zurückzulaufen. Wir sehen ihn ja schon. Wir sind hier quasi so einmal durch die Halle hier durch. Und das war es schon gewesen. Oh, wir gehen mal die Quest hier noch ab. Senses Eranikus. Vielen Dank. Vielen Dank für die Erfahrung. Quest beendet. Sehr schön. So, da sind wir aber trotzdem noch ein bisschen weg von Level 54. Aber das kriegen wir auch noch hin. In der nächsten Instanz. Da müssen wir dann echt mal nach Zulfahrrad jetzt gehen. Ja, meine Gruppe ist zu hoch. Ne, nix nochmal. Ich hau ab hier. Also gut. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge von World of Warcraft. Wahrscheinlich oder höchstwahrscheinlich in Zulfahrrad. Bis denn und tschüss.